Willkommen zurück bei Spirit of the Ghost und einem weiteren Let's Play Minecraft. Wir haben uns hier drauf gestellt, weil wir uns daran erinnern wollten, dass hier diese Holzdecke eingezogen werden soll. Und dazu brauche ich das richtige Holz. Es war nicht Birke, dann war es Eiche vermutlich. Müssen wir nur mal rumgehen und schauen, was es hier so gibt. Ja, wir hatten das Problem, dass wir hier noch keinen Ausgang haben. Das hat sich jetzt erledigt. Oh, creepy. Ja, okay. Ich bin dazu wagemutig. So, dann müssen wir Bäume fällen. Aber welche? Was bist du? Eine Eiche. Die suche ich doch. Draußen im echten Leben geht gerade die Welt unter hier. Okay. Bist du auch noch? Ja, okay. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich die Decke einziehe, da brauche ich bestimmt 40 Ding oder so. 40 Eiche. 32 hätten wir schon. Also einen Baum noch. Oh, mystische Musik. Den nehmen wir noch hier. So. Gut, das dürfte erst mal reichen. 52. Könnte gerade so reichen oder nicht. So, mal schauen. Da geht's rein. So. Das sind schon die richtigen, oder? Ja. So, dann machen wir hier voll. Ja. So, noch. Das könnte gerade so reichen. Ja, ich glaube... Nein, das reicht wegen einer Reihe nicht, glaube ich. 12. Das wird zu knapp. Ach, nee, oder? 1, 2, 3, 4... Das sind... Nee. Ein Baumstamm fehlt ungefähr. Falls euch um die Stimme wundert, ich bin noch immer ein bisschen krank. Aber es dürfte wieder gehen. Heute mal die Stimme mit dem Gewissen etwas. So, wo müssen wir hin? Dann nehmen wir doch mal hier Samen mit. Bist du, was ich suche? Schon, oder? Das reicht doch eigentlich. Da noch mal hin. Was sehe ich da? Es ist wie magisch hier. Also wirklich, was man alles sieht. An runtergefallenen Sachen muss man eigentlich wie magisch aufheben. Und da rein. Jawohl. So, dann... Eiche, 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 Eiche. Cool. Ja, sieht irgendwie gar nicht mal so gut aus. Was ist das Holz hier bis oben? Naja. Egal. Jetzt räumen wir erstmal auf hier. Sollte ja mal sowas wie ein Keller über dem Boden werden. Kann ich mich erinnern. Das mache ich erstmal hier sauber. So. Oh, was war denn da noch alles drin? So. Auf jeden Fall ist klar... ...dass das hier quasi der neue Boden wird, denke ich mal. Aber aus was? Ich könnte jetzt entweder hier drunter das hier alles wegmachen. Oder... Andesit. Wie schaut denn das aus? Was ist das, oder? Ja, dann machen wir einfach hier den Boden fertig. Da haben wir, glaube ich, schon mal angefangen damit, genau. Dann ging uns der Andesit aus, glaube ich. Da bin ich rundherum gelaufen. Hier sieht man es noch. Also, dann machen wir das doch so, wie es mal geplant war. Mache ich jetzt mal die Bodenschicht hier weg. 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 So. Ja. Füllen wir mit Andesit auf. Aber der wird nicht reichen, glaube ich. So war das mal gedacht vor langer, langer Zeit. Eins. Ne, ne, das reicht nicht. Da sind da mehr als fünf Vierer rein. Ja. Da kriege ich jetzt Andesit her. Da weiß ich nicht, wo man denn gezielt sucht. Irgendwo draußen. Wir brauchen noch drei, sechs, neun, zwölf. Zwölf Andesit. Boah. Muss ich irgendwie eine Höhle suchen vielleicht. Aber da sind wir, glaube ich, hier auf der falschen Seite, oder? Da müssen wir jetzt einmal rundherum. Oh, ich habe Hunger. Hammelfleisch habe ich noch. Das wollte ich lang mal loswerden. So, wieder ein Platz mehr und ich kann wieder rennen. So, wir suchen zwölf Andesit. Oh, da unten ist Lehm oder so. Da hinten sieht sehr Andesitig aus. Kann man sagen. Sand, Bruchstein. Ach, da ist mein altes Haus. Aha. Ach so. Ja, aber das ist doch normaler Stein hier, oder? Ja. Na, aber so werde ich auch nichts finden, glaube ich. Jetzt einfach auf Verdacht. Nee. Über mir ist Granit. Nee, nee, nee. Da gehe ich wieder raus. Da war doch links irgendwo die Höhle, die wir gefunden haben. Da drüben brennt doch Licht. Ich schaue mal kurz noch mal auf der alten Insel, ob es hier irgendwo Andesit gibt oder gab. Da. Das ist er doch, oder? Jo, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und zurück. Also hat es nicht getrogen, der Schein. Oh, schwimmen ist aber umständlich. Oh, laufe ich auf dem Wasser gerade? Die schwimmen doch nicht, oder? Ich bin doch viel zu weit über dem Wasser. Da wäre die Höhle gewesen, in die ich gerade wollte. Aber nicht mehr nötig. Dann können wir unseren schönen Andesit-Boten fertig machen. Wo kommt Andesit eigentlich in echt vor? Und wofür wird es gebraucht? Weiß das jemand? Brauchen wir das beim Bauen? So, jetzt machen wir erstmal Andesit hier fertig. Dam, 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 dam. Oh, nein. Kriege ich aber zurück, oder? Ja. Gut. Ja, Kohle wieder aufgesammelt. Gut. Sonne geht unter, ganz pünktlich. Wir haben einen schönen neuen Andesit-Boten. Ja, dann können wir auf jeden Fall unser Licht da wieder hinstellen. Eins, zwei, drei, vier. Hier, man merkt auch gleich, wie es was bringt, denn die Sonne geht ja unter. Da ist quasi, so ist das jetzt ausgerichtet. Alles klar, hier ist der Eingang. Und dann war die Überlegung ja, es sieht so blöd aus mit dem Glas, so weit oben. Jetzt überlege ich gerade mal laut. Also eigentlich müsste ich das dann, oder, müsste ich das eins niedriger bauen, das ganze Holz hier. Es müsste dann eine Dreierhöhe sein, auf jeden Fall. Also weißt du, was ich mache? Ich baue das jetzt alles eins niedriger. Und damit es nicht wieder so ewig dauert, baue ich mir jetzt hier die Werkbank hin. Das heißt, warum mache ich das? Damit ich hier auf dieser Höhe den Eingang habe. Den kann ich gleich mal bauen. Also Eingang auf dieser Höhe. Das heißt, hier oben brauchen wir ein neues Glas. So. Drei, drei. Das heißt, wir brauchen... Äh, ich bin ein Monster. Wir brauchen meine Werkbank. Wir brauchen meinen Ofen. In der Werkbank machen wir uns eine... Aus den restlichen Eichen hier. Wohl Eichen können wir... Wie war denn das? Eiche können wir nicht mehr brauchen, oder? Und aus Birke mache ich mir eine Tür. Das geht aber nicht gemischt, okay? Ja, dann machen wir uns... Da kommt er. Seht ihr das Monster? Machen wir uns eine Birkentür. Ja, Gott. Ganz schnell von außen die Tür hin. Bevor er schießt. La, la, la. Ah, hat mich nicht gesehen, okay. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall... Zwei Holzdruckplatten. Hier hin. Okay. Dann brauchen wir... Lass mich überlegen. Zwei Knöpfe von außen. Na, kann man drauf verzichten. Jetzt wollten wir das alles eins tiefer setzen. Und dazu hatten wir vor... Uns eine vernünftige... Ein vernünftiges Werkzeug zu bauen. Habe ich genug Eisen irgendwo? Kein Eisen mehr, oder? Äh, 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 äh. Eisen. Habe ich nicht. Dann eben so. Ja. Eine Steinachs reicht. Haben nicht vor, ewig jetzt hier rum zu machen. Aber eins niedriger, das muss noch sein. Der ist weg, okay. Also rundherum eins niedriger gehen. Da hätten wir uns den Antisit auch sparen können, aber so ist es halt beim Hausbau. Wenn man neue Pläne macht, muss man dann oft zusätzlich investieren. Zeit oder Geld. Oder Energie. So, das kriege... Uh, das kriegen wir noch hin in dieser Folge. Es irritiert mich gerade, dass da dieser Klotz rumliegt. So, das mache ich mal von innen. Jawohl. Jawohl. Ah. In der Seele weh, wenn das da runterfällt. Halt, ich brauche erst mal Erde. Werde ich endlich mal das hier ausgleichen. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Und auch da drüben. Und zwar machen wir das so. Oh. Hallo? Uh. Haha. Yeah. Okay. Oh, ist das hoch hier. Okay. Wir haben mal rundherum so ein Ding gebaut. Oh, Creepies. Sind auch noch geräuschlos. Da müssen wir jetzt aufpassen. Warum brenne ich denn so langsam jetzt? So. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte hier alles noch eins niedriger bauen. Jetzt geht es viel komfortabler. Okay. 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 Da habe ich doch gedacht, dass da einer fehlt. Nein. Och. Okay. Jetzt kann ich da rein. Das Glas wieder reparieren. Natürlich eine ungerade Zahl. Naja. So, dann, wenn wir es tiefer setzen wollen, muss der Andesitier weg. Den brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr. Den habe ich nur hier gebraucht jetzt. Eine riesen Baustelle ist das jetzt hier. Wahnsinn. Ich reiße gerade mein halbes Haus ab. Okay. Einmal die Erde weg. Andesit doch wieder mitnehmen. Falls wir es noch für irgendwas brauchen, ist das besser als so ein bisschen Erde. Jetzt habe ich irgendwie schon das Gefühl, ich müsste mich ein bisschen beeilen. Okay. Und zwar... Weichenholz. Okay. Okay. Eichenholz, oder? Ja. Passt. Nein, 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 nein. So nicht, Freunde. Wenn, dann richtig. Genau. Zwar so. Ja. Ey. Jetzt. So. Na komm. Ja. Platz halt hin. So. Ah. Nö. Nicht mit mir. Ja. Gut. Nein. höchste konzentration höchste disziplin das muss ja ich hab's grad nachgerechnet aber rechnerisch müsste es ja genau reichen oder so mal rein von der logik her die zahl die ich wegnehmen müsste eigentlich noch in meinem inventar sein oder du das war knapp ach jetzt regnet es auch noch warum bitte geht es nicht aus eichenholz whatever ach so weil ich ja hier überall eins mehr gebraucht haben eichenholz eichenholz birke eins zwei drei vier vier stück vier stück eichenholz hallo eichenholz alles birke hier nein vier vier stück brauchen noch ist so eine eiche eins zwei ich habe angst vor creepern überall drei vier und ab jetzt regnet es ist schaut es hier im spiel auswählen echt gerade aus dem fenster das hat man gestern schon mal so eins zwei drei vier hahaha von wegen warte mal warte mal warte mal warte mal Mist komm rein so kein problem dann müssen unsere türen nur wieder hin neu das wäre ganz süß jetzt eine stufe tiefer 1, 2 und 3 alt und es passt nicht. Die Tür ist falsch. Jetzt passt's, oder? Ja. So, dann müssen wir hier mit Glas zumachen. 1, 2 3 Ich seh überall Creeper. Ich bin schon paranoid. Ich hätte ein bisschen Sand, glaube ich, noch dabei. Ah. Das Glas ist verloren. Müssen wir uns schnell neues machen. Sandstein ist nicht Sand. Und der Sand reicht nicht, glaube ich. 5 Und hier brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 und außerdem noch 1, 2, 3 3 mehr 3 mehr Sand holen. So. Gut, ein guter Moment, um mal für diese Folge Pause zu machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Spirit. Ciao, ciao. Ciao. So. Angie, u.s. comentarios. Vielen Dank.